jo hallo leute ich bin hier pünktlich wie ich mir vorgenommen habe am rathaus um die zettel zu verteilen das habt ihr gesehen das rathaus ist heute zu und ich wollte an die mitarbeiter verteilen die heute ja meine herren wenn man das nicht richtig alles weiß dann ist man jetzt hier aber ich habe schon gerade in der stadt zuspruch bekommen ja bei der bäckerei dünde zum beispiel und ja die haben aber selber nichts gezahlt an strafgeldern aber da gibt es einige in der innstadt einige unternehmer und wo ich das ganz genau weiß die kohle abdrücken mussten und die werden auf meiner seite sein auf unserer seite ja da geht gleich hin verteilen paar flyer aber vielleicht hinten personaleingang dann gehe ich jetzt mal gleich gucken die über der stadt dass ich da noch ein paar zettel loswerden kann ja also nicht zettel loswerden sondern missionieren mache ich ja ich will nicht nur zettel loswerden die sollen auch sich beteiligen ja ja